So, wir haben deine Sachen in einem Einkaufswagen zusammengesammelt und die gelbe Regenjacke oben drüber. Und dann bin ich zur Polizei gegangen und habe gesagt, Sie möchten das bitte unterstellen. Haben Sie nicht gemacht, haben Sie abgelehnt. Ich bin nicht gegangen, ich habe noch einen Chef verlangt und der hat mir dann einen umfangreichen Wortwechsel erklärt. Und wenn Sie eine Anzeige machen wegen unterlassener Hilfeleistung, dann machen Sie doch. Wir sind nicht zuständig. Ich bin mit einer Sache, wo ich ja schon über drei Jahre dran bin, im Augenblick bei unserem Bundespräsidenten Steinmeier angemeldet und werde die Sache, wie sie im Augenblick läuft, nicht akzeptieren. Und deswegen bin ich heute nochmal hier, um mich zu überzeugen, dass im Augenblick wahrscheinlich für dich überhaupt noch keine Hilfe in Aussicht ist oder hast du irgendein Angebot, wie das in der nächsten Zeit weitergehen soll? Hast du irgendeine Nachricht oder weißt du überhaupt nicht, wie es weitergeht? Kein Bescheid, nichts. Sehr unglaublich.